Die Zahnvorsorgebasis ist die Grundlage des Vorsorgekonzepts in unserer Praxis. Sie umfasst die gründliche Reinigung ihrer Zähne mittels der desinfizierenden Bakterienfilmentfernung, kurz DBE, und die Untersuchung der Zahnsubstanz mithilfe der sogenannten Diagnocam, der modernen digitalen Spezialkamerad zur Karies-Diagnostik. Weitgehend schmerzfrei durchleuchtet sie ihre Zähne mit normalem Licht. Eine Spezialsoftware erzeugt ein Bild, ähnlich einer Röntgenaufnahme, nur ohne Röntgenstrahlung. Damit lässt sich Karies in einem sehr frühen Stadium erkennen und häufig minimalinvasiv behandeln. Buchen Sie gern Ihren Termin für den Einstieg in unsere innovative und neuartige Zahnvorsorge.